Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Exit mit dem... Schipitzewalato Luca! Hallo. So. Wir sind letzte... Das war ich nicht. W... 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 Okay, ich möchte jetzt beim... Komm, wir gehen schnell schlafen. Oh, wir warten jetzt vor viel auf uns her. Nein, ich bin hier vornherein. Ich bin vornherein und vornherein. Nein, nein, nein. Du nimmst jetzt... Wir müssen hier ein eigenes Bett, warum wir alles davon... Obwohl... Ach komm, liegt ich am Film. Ich weiß nicht mehr, welches Tim gehört. Glaubst du, die anderen schlafen auch? Oh. Irgendwann müssen wir auch schlafen. Und vergessen. Guck mal. Ich bin raus. Ich hab schwack. Komm. So. Warte, ich möchte jetzt kurz etwas bei mir sagen. Also, man sieht, ich habe Stuff und kein Skin. What the fuck? Du wirst uns gehen bei mir. Ja, bei mir nicht. Aber das ist ja egal. Ich gucke hier nicht so oft mit dem Eventar. Und, äh, das liegt daran, damit ich, äh, sehr, äh, intelligent war, um die erste Aufnahme gelöchtert. Das war aber nur eine halbe Stunde. Also, ich hab nix verpasst. Bin in der Zeit eh nur die ganze Zeit hin und her gelaufen hab, sachen geschenkt bekommen. Hm. So. Gibt es anscheinend eine Creeper Explosion. Ich versuche jetzt ein wenig das Haus zu reparieren. Okay. Dann gehe ich kurz. Das Ding ist, ich hab ihn mir eigentlich nur herangeholt, weil ich generell und gerne alleine aufnehme. Ja, das geht mir auch so. Zum anderen, äh, und zum anderen ist das Problem, ich, ist es eine Baufolge. Okay. Und Baufolgen alleine aufnimmt, sagt Balls. Und Zeigstreben. So. Ich mach mir denn jetzt erst. Ich hab eine. Wow. Ich hab einen Iron-Sperr bekommen. Knockback drauf. Du kannst mal kurz herkommen, im Übrigen. Ich will gerade nur eine Kiste hier zeigen, dass jetzt meine Kiste. So. Ja, ich hab dann ein bisschen Zeug für dich. So. Warte. Fatschauschtung. Warte. Du stimmst die ganze Zeit wieder die Fatschauschtung. Na. So. So. Das ist das hessische Haus, bist du auf der Seite. Das du... Was für hässliches Haus. Dieser komische Stein klotzt da weiter weg. Ach, du meinst, du ahl Mensch. Nee, ich hab doch auch gesagt, das ist das hessische Haus. Also, bist du auf der anderen Seite. Das kannst du ja noch geben, warte. Hm. Kein Brustpanzer mehr. Find ich jetzt mal so nett und rüste uns den Heeren aus. Warte nur kurz, so. Das Blut. Ich hab gar nicht verarschen. Ich hab gar nicht meine Meteorrüstung ausgenommen, dass ich die Sachen, die ich dir schenken will, nicht direkt wieder mit eins, die so ist. Chill. Ich schenke jetzt ein paar Sachen. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Wenn ich die grad versehliche in meinem Brustpanzer geschenkt habe. Mit meinem Brustpanzer. Ich hab das. Mit meinem Brustpanzer. Du kannst mir die Bitte wiedergeben, das war ein Versehen. Dankeschön. Oh, ein Friser Richterhelm. So. Das Brustpanzer habe ich leider nicht mehr, aber ich konnte mal... Gucken. Das kann man ändern. Warte, einen Moment. Gut, eine kurze Sache, die ich machen muss. Oh, ich bin gehofft. Oh, Steinschlapper! Oh! Ich bin bei dir immer noch im Haus, gell? Ich weiß, ich hab dich an meinem Haken. Ist das einer mit langer oder mit kurzer Schnur? Oh! Komm mit! Das ist mein Hund an der Leine. Oh, hallo, Creeper. Hey, da ist ein Dorf. Ich komm in den Dorf, war schon mal. So, jetzt hab ich wieder losgehört. Hörst du jetzt auf? Ich kann nicht töten, das weißt du. Ich wollte den Song mir aber eigentlich nur treffen. Wer denn mich nicht mal abfuckst? Oh, das ist ein Ohr, Creeper. Hä, was ist hier grad für ein Feuerfall in den Geflogen? Das war ein Arschloch, Creeper, also ein besonderer. Ah, okay. Ich stell mir grad mal nach rein, da ist das halt auch normal. Oh, kurz, was hat denn gedroppt? Ah, ich kann dir Crackneride Boots geben. Chill mal. Da, hier. Warte mal, steh ich mal kurz in mich. So. Kommst du sie? Nö. Du musst sie jetzt eigentlich bekommen haben, ich hab sie nicht mehr. Ich hab sie auch nicht. Doch, du musst sie haben. Nein, mein Inventar ist so gut wie leer und ich hab sie nicht. Doch, du hast Crackneride Boots, du Spaß. Die sind rot. Rote Schuhe. Ah, hier hinten Dingser. Da, jetzt hast du sie wieder. Warte. Da. Jetzt, ich hab sie dir hingeworfen. So, hast du sie? Ja. So. Komm her mit. Oh, ein Pferd. Wie schon gesagt, im Bauchfolge, warte mal. Hat sich irgendeiner von uns gerade ein Timer gestellt? Äh, ich hab nebenbei auch das City laufen. Ach so, okay. Dann kannst du ja gucken. Warum, wann willst du denn immer cutten? Oder wann willst du denn die Aufnahme rennen? Ich mach normalerweise so 15 Minuten folgen, weil ansonsten das Renner bei mir noch relativ lange dauert. Ich hab noch keinen... Ach so, ja, ich schneid bei mir im Nachhinein immer. Hier, guck mal, die Treppe, die du hier oben hast, die will ich andersrum hinsetzen, sie viel stylischer aus. Warte. Das ist ja so ein komisches Loch. Geh mal da raus. Nein, das soll so sein. Mach das so. Das sieht's da alles aus. Äh, warte. Holz. Such mal in den Kisten nach Arten von Holz und wehe. Du schlägst mich jetzt. Ich bin außerhalb geblieben. So. Wo sind denn die Öfen? Genau, hier wollte ich den Keller anfangen. Das weiß ich noch. Äh, äh. Hier ist Holz, in der Kiste die offen ist. Ah, okay. Holz. Wo, 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 wo? Da. Meins. Oben Kobold. Wer hat hier so behindert was angepflanzt? Das, das, das ist von Tim. Äh, weiß nicht schon, damit man so vier Blöcke weit anpflanzen kann, oder? Der weiß schon, damit man... Hier ist doch jetzt egal, auf jeden Fall. Wui. Wissen, ich bin loslassen. Ja, ich habe Spaß mit solchen Dingen. Äh, so, ich wollte es ein wenig weit am Haus. Okay, und, ähm, ich werde mal gucken, ob ich ein, äh, etwas finde, wo noch niemand geplündert hat, also ein Türmchen. Oh, da, da musst du weit laufen, glaube mir, mein Freund. So. Spinnerporteln dann haben. Oh, Spinnern! Nanananananananananananananana, Spider-Man, Spider-Man. Ich muss noch überlegen, soll ich das Dach aus Half-Slips machen, oder, also, die nächste Ebene, die Abdeckung, quasi aus Half-Slips, oder? Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich würde es ja aus, äh, eineinhalb Blöcken machen. Also, einmal Blöcken, dann Half-Slips. Weil, dass das Dach an sich, das mache ich dann eh aus Half-Slips, ähm, also aus Marble mache ich das dann auf jeden Fall. Ob es dann aus Half-Slips ist, oder nicht. Ich mache jetzt einfach den, das, äh, die Decke von unserem ersten Stockweg mache ich jetzt einfach so. Half-Slips mit Holz, Half-Slips. Wird schon passen. Oh, der Meteorit hat mich schon angezündet, wie ich schon erwartet habe. Ja, ich sollte sagen, nehme ich wieder so, um Fiete, äh, Fiete-Bist schon wieder sagen. Äh, Hexe-Bist tatsächlich, ja, Fiete-Bist tatsächlich gespielt. Fiete-Bist kann ich sogar so gut. Fiete-Bist, besser, aber, äh. Ach ja, übrigens, was ich noch gut ansprechen wollte, ich habe es geschafft, einen Text-Up-Hack zu machen. Ihr habt jetzt nicht mal das letzte Gestalt-Up-Hack. Aber. Ich würde in die ganze Zeit einen Text-Up-Hack. Ja, halt deine Schnauze, aber, wie vielleicht schon aufgefallen ist, bei mir fehlen ein paar Texturen, zum Beispiel von den Zaubersterben, den Hexical-Sensen, und ich weiß nicht, woran das liegt. Äh, welches Text-Up-Hack benutzen du? Wenn mir da nur jemand von euch wächst. Ah ja, okay, da kann ich dir einfach meins geben. Gut. Wenn mir da dann vielleicht irgendjemand helfen kann, falls das nicht mit dem guten Typen hier klappt, dann helft mir, bitte. Ich will da nochmal Dexaback. Nee, so, man. So. Äh, bach, aha. Und es könnte sogar sein, dass, obwohl, ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, aber es könnte sein, dass wir den Tim in dieser Folge noch sehen, wie er zu uns zurückkehrt von seiner epischen Dungeon-Tour. Wie viele Minuten nehmen wir jetzt schon auf? Neun. Neun, okay. Haben wir noch sechs Minuten zum Bauen. Voll kriegen wir ja relativ schnell rum. Ist gut. Finde ich auch, da muss ich nicht so viel mit dir ertragen. Neun. Oh, mir fehlt ein bisschen Holz. Ich gehe kurz Holz farmen, einen Moment. Ich bin dann kurz weg. Ich bin gerade in diesem Wald mit diesen Mega-Fenten-Bäumen, die vier Blöcke haben und so mega hoch sind. Achso, das ist Redwood, das brauche ich leider nicht. Oh, kein Kleid, der nicht wir brauchen. Aber mit dir der Timber-Mod funktioniert doch alles. Ja, ich brauche das Redwood halt nicht. Ich brauche ganz normales, standardisiertes Oakwood. Beziehungsweise Sprucewood. Saving Vault Data. Wenn du Sprucewood findest, nehme es mit, bitte. Ich habe keine Axt. Spaß, die. Ich habe Spruce-Bot gefunden. Dann nimm es mit. Ich habe keine Axt, das ist hier sogar ganz, ganz viel. Hey, das ist ein Dorf. Frag mir dann deine Koordinaten, dann komme ich zu dir und hole mir das Sprucewood. Okay, ich... Hier ist auch ein Türmchen in der Nähe. Bukeru. Also, ich bin bei etwa 800 und 400. Minus 800. Ja, minus 800, wobei, er minus 750. Da dachte ich, das ist, also... Und dann, die zweite Koordinate ist? 400. 400, okay. Sie wird die Welt gelaufen. Aber man hat die und holt mir ein wenig Sprucewood. Weil, nämlich, von Bruce, benutze ich nämlich nicht mal die Planks, sondern die Stämme. Weil die einfach so geil zusammen mit Mabel aussehen. Für dich zumindest. Ah, okay. Wie, 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 wie. Aber du siehst, wie schnell man die... wie schnell man das bisschen laufen kann, das ist echt nicht weit. Ah, wie... Ich bin jetzt auch nicht da. Ich bin hier hochkommen, da oben ist ein Dorf. Das Dorf sieht gut aus. So, nach 400 Blatt kann man nicht da, Bruder. Ich bin dein Bruder. So, bist du mein Bruder. Achso, rein, Bruder. Ich zählst seit ein paar Minuten und du hast trotzdem mein Bruder. Was los? Bruder. Was ist da los? In der Haus. Ach ja, was ich auch nochmal sagen wollte, ist, ich habe jetzt die Folgen doch nicht hochgeladen, die ich jetzt eigentlich von Tim haben wollte. Weil, na... Tim scheiß auf. Bringt doch nix. Wenn ich dann die Folgen von Tim habe, die dann so hochgeladen, ich verlinke ihn eh jedes Mal. Da lass ich das doch die Folgen und sag einfach, guck die Folgen bei ihm. Ha, du machst deinen Zuschauern viel mehr Mühe. Die müssen auf einen anderen Kanal gehen, James vielleicht auch noch abonnieren. Wir können den auch gerne abonnieren. Wo ist jetzt Bruce Wood? Ich bin jetzt bei deiner Koordinaten. Da rechts, wo der Schnee ist. Ah, okay. Dankeschön, Bruder. Und wahrscheinlich ist es jetzt nicht mal Bruce Wood. Also das ist das, was ich und das Bruce Wood kenne. Okay, das sieht Bruce Wood aus. Dieses Dorf ist doch nicht geblündert. Ja, das ist Bruce Wood. Bruce Wood, danke schön. Vor allem die große Bäume mit Bruce Wood. Da freue ich mich die ganzen Stämme von. Ja. Ja, ich habe die Rüstung bekommen, da muss ich doch irgendwas für machen. Da habe ich auf einer Reise einfach dir sagen, was Bruce Wood ist. Ah. Sehr schwer. Immer kurz stehen bleiben, ich habe die Koordinaten sagen, weitergehen. Das ist jetzt kurz geleckt, aber egal. Dann komme ich jetzt mit dem Haus, aber sogar schon relativ gut voran. Ja, hier ist wirklich überall. Ja, hier ist so ein... Windows Movie Maker hat seitdem auch 90% seiner Videos gemacht. Ohne Render. Ich weiß zwar nicht, worum es bei mir liegt. Ich habe ein 16-16-9-Bildschirm, weil mir passt eigentlich alles. Ich muss einfach mal gucken, ob es dann mit dem neuen Render-Programm dann besser klappt. Übrigens wäre ich damit Sony Vegas Render. Für diejenigen, die es dann interessiert. Ich finde immer noch Magix am besten. Oh ja, oh. So viel Spruce Wood. So viel Spruce Wood. Ja, geil. Oh ja, schreck mal. Oh ja, so. Jetzt habe ich aber erstmal genug Spruce Wood gesammelt. Hey, ein Slime Knife Blade. Ich habe keine Ahnung, was du bringst, aber du bist hier im Dorf. So. Im Übrigen, ich kann dir noch ein besseres Schwert geben. Ich habe ein Dermann-Schwert. Das reicht absolut aus. Du hast kein Diamond Giant Sword. Das stimmt, aber ich habe ein Dermann-Schwert. Sogar ein Iron Giant Sword ist besser als Dines. Du kannst du normalen Schwert hier fast komplett vergessen. Das habe ich geschenkt bekommen. Was? Du kennst dich doch bestimmt damit aus. Guck mal, ich habe ja jetzt so Köpfe für Äxte bekommen. Wie kann ich die verwenden? Oh, damit kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Ich kenne mich so mit dem Standard-Kram aus, aber mit sowas leider nicht. Du kannst mich alles über die Waffen fragen. Da klingt mich eigentlich relativ gut aus. Aber nicht mit dem einzelnen Stücke zusammen, Craft Blah. Wie lange gehen wir jetzt schon auf? 15 Minuten. Ah, okay. Dann ist die Folge jetzt so gesehen gleich vorbei. Ich gehe jetzt nur noch kurz zurück zu unserem Haus. Und beende dann da die Folge. Ja, jetzt komm.